Spiel starten. Oh! Ah, Character Selection. Oh no! Machen wir mal neu. Ich bin männlich. Also, wenn du mal weiblich gehst, da verändert sich gar nicht so viel. Du kannst ihn drehen. Wenn du ihn drehst, dann siehst du, dass sie halt einen W.H. anhat. Ja, das sehe ich auch schon, aber so krass unterschiedlich ist das nicht. Ja, männlich. Haarfarbe ist einfach ein Regler. Blondheit. Alter, ich bin Gott. Ich bin einfach Gott. Name eingeben. Erst da. Alter, ich will auch kein Redfett sein. Ist das schon eine politische Aussage? Ich bin ein Nordmann. Die Nordmann-Tanne. So, jetzt kann ich auf starten. Oh! Oh! Zwischensequenz. Okay, war jetzt nicht ganz verstanden, aber irgendwas mit Odin. Wir sind im Afterlife, glaube ich, aber auf jeden Fall. Und der hatte irgendwie einen Baum mit Gefängnissen. Flo, I have arrived. Hallo Flo. Er ist nicht ganz verstanden noch. Das ist die einzig logische Reaktion, nachdem man das gelesen hat. Ich bin da. Ah, da kommste. Hallo. Friendly Fire ist aus, habe ich mir jetzt gerade überlegt, oder? Boah, Fähigkeit verunbewaffnet vier, Alter, bei mir läuft. Der Vogel bringt aber Nachrichten. Ich bin Hugin. Ich bin zufrieden. Jawohl, mein Führer. Ich hab ne Fackel. Ha. Fertigkeitsverbesser als Schlagwaffen. Können wir jetzt den Wald anstecken? Ich frag für nen Freund. Oh, der Baum ist einfach zu stabil. Ah, hier vorne ist noch ne Vogel. Ja, mein kleiner Bruder sagt mir, dass ich mit Hilfe von Holz und Stein eine Steinachse herstellen lasse. Ist halt wie Minecraft. Ich hab Himbeeren, ich hab Himbeeren. Himbeeren, Himbeeren, Himbeeren. Hello Bitch. Ich weiß nicht, was ich damit machen kann, aber ich wills. Ich will mehr, ich will mehr als du. Oh, hier ist ein Hirsch. Moin. Du drückst einmal nur Tap, dann bist du im Inventar. Ja. Ach, sonst schieb ich auf 2. Dann hab ich Himbeeren auf 2 gezogen. Einfach mal. Ja, fast gedacht. Oh, da snackt er die weg. Du kannst nicht mehr Himbeeren essen. Ich will aber. Soll ich dir zeigen? Hier, guck mal, guck mal hier. Dreh. Ein Hirsch. Den boxen wir. Komm, den kriegen wir. Boah. Hochholz. Boah, neue Herstellungsrezepte. Boah, das läuft. Können wir jetzt mal den Hirsch verbringen? Nein. Wo bist du reingegangen? Boah. Anna. Krasser Fight. Du bist dem nur hinterher gelaufen, oder? Ja. Ich hab Wildschwein mit der bloßen Hand ermordet. Digga, die Splatter, ein bisschen Splatter-Effekte ist aber schon. Ist das Spiel 18, ey? Ah. Ja. Ich bin tot. Du bist jetzt schon gestorben. Du bist jetzt schon gestorben. Wir sind wieder am Sporn. Sehen wir uns auf der Karte? Also ich weiß, du kannst zu deinem Grabstein gehen und die Sachen wieder einsammeln. Gegenstände geborgen. Ach, da liegt noch mal ne Leiche. Kann ich mich selbst schenken? Boah, ist nicht Star perfekt. Aber wir sehen uns gegenseitig nicht auf der Karte, oder? Guck mal, den kann man verprügeln. Boah. Boah wird geboxt. Boah. Boah, Boah. Hallo, hey, 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 hey. Floh, da ist ein Gräuling. Ein Gräuling. Hachst du das? Nimm mal die Fackel. Alles los, ich bin. Oh, Blutzute. Krieg ich was? Ich kann mir ne Holzachse herstellen, jetzt. Oder ne Keule. Ich zünd mal n Schwein an. Nope. Hier geblieben, du kleines Schweinchen. das ist voll schnell das schwein verbrennt das schwein verbrennt du ich hab ein baum gefällt echt warum das denn großen stein axt vier steine um den vier steine herkriegen kann sich die markierung auf der karte setzen ich glaube würde man sich sehr sehr schnell verlaufen da ist der florian verprügelt er schon wieder holz nix erler also ich hab zwölf steine ich kann dir was geben an stein ich mach mir jetzt eine steinachs ich hab jetzt eine ich brauch deine hilfe ich brauch deine almosen nicht ich mach jetzt erstmal ein hirsch kaputt sieht man irgendwie vorher schon wie viel schaden ach guck mal man sieht schon wie viel schaden das macht schlitzen 15 schlitzen 15 ja ob jetzt noch hauen 11 oder schlitzen 15 besser ist als man dahin gestellt das ist wahrscheinlich einfach nur die art der schade ist wahrscheinlich leichter dann würde der steinachs mehr schaden machen und mit der axt kann man in bäume hauen zu stabil und die birke ist zu stabil buche hier kann man die idee und der geht aber wir sind ja so teamwork ich muss was von baum erschlagen zu den land eine werkbank bauen die werkbank erlobte die herstellung komplexer gegenstände handwerkstation benötigt ein dach hat wahrscheinlich jetzt hier noch irgendwie wände jetzt schon dach ich wollte ich wollte ein höheres dach haben ich bin groß aber das war nur die ich wollte das machen reicht das schon aber nicht ja reicht ich habe ein wettbewerb wahrscheinlich brauchen ja am boden vielleicht sogar oder also ich weiß nicht mehr auf gras schlafen können früge bringe die nacht in einem bett um gestärkt voller energie zu machen es ist nie verkehrt immer ein wenig ersatzausrüstung vorrätig zu haben das dach ist tatsächlich jetzt wieder das dach zählt nicht dieses schräg nachdem auch wieder nur erst mal ja ja fangen an zu frieren er hat nicht genug schutz das muss wahrscheinlich rundherum sein vor allen dingen ich fange auch an zu frieren weil ich habe kein hemd mehr an also wenn sachen rot angezeigt werden dann sollte man im besten fall laufen ich bin ein feier gelaufen wie feiern zufrieden ich bin im feuer und das lagerfeuer also im haus und so ein boden hier noch einsetzen ja wir müssen gucken dass es nicht zu sehr verbrennen immer die tür ist jetzt halt noch nicht so ganz am start hier ist die tür die tür ist irgendwie tief oder ist im boden richtig ja wir können später noch mal ein richtiges haus bauen das heißt mal schlafen reicht das schon so nachts holzacken ha ist auch im punkt gesetzt ich kann schlafen tobi alles gut es lag wohl am boden willst du mein bett auch wieder hinstellen kann ich echt voll dufte glasbett geil wie minecraft fühlt sich ausgeholt und gemütlich aber es ist hell noch dunkel tobi tag 2 ausrüsten rechtsklick ist ausrüsten jetzt habe ich mein hemd wieder an also man kann die werkbank auch upgraden steht hier ausbaustufe zu erweitern durch verwässerung stand fackel und die tür stellen ich muss die kochstelle woanders hinsetzen ich muss die übers feuer setzen klingt logisch ist auch so du hast keine kochbargegenstände ich anscheinend schon ich hab doch komme ich hab das ist der herrsch und die nixen jetzt bin ich mal gespannt wie das gleich aussieht ich habe geguckt man kann man kriegt auch wenn man sich gesund ernährt boost also was das voll neblig heute morgen da ist ja eine nixe die hängt schon über unserem feuer vielleicht habe ich ein bisschen zu viel respekt gehabt vor der nixe ist aber echt sehr neblig hier jetzt kann man es nehmen kann ich jetzt essen was kohle ich habe kohle bekommen ist das jetzt kohle kohle ein klumpen kohle was habe ich jetzt zu essen gerade gekriegt wo ist das denn jetzt habe ich jetzt gerade kohle gekocht oder was das hing zu lange deswegen ist das kohle geworden möbel schild ich kann jetzt ein schild bauen warum ist jetzt richtig rum was guck mal hier wohne floh und toby die wichtigsten sachen haben wir schon der baum ist gerade so ein bisschen weggerollt und kann er wieder zurückgerollt hat mir was schaden gemacht noch gefühlt fällt ja überhaupt immer in die eigene richtung hier ist noch ein hochstand den man fällen kann und ein hirsch den man auch fällen kann ich weiß nicht ob unser haus gerade abfackelt oder ob das nicht stimmt ob das die standfackeln sind noch der schmock steht hier ein bisschen mittelschwere rauchvergifter hier einfach ich weiß nicht ob das zu gut ist vielleicht das feuer unter freiem himmel bleiben sollte vielleicht reicht es wenn es vorm haus steht meinst du ne ich habe den tag geöffnet das glaube ich ganz gut ist aber die kiste drin oder draußen drin wahrscheinlich ja ne nervt nicht mach netflix an bis dich also hallo wohnt hier jemand und ne fackel und samen ja er wird abgerissen natürlich wird er abgerissen alter 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 ich habe ne buche gefällt und die hat einfach zwei andere noch mitgerissen stößt auch wie ein typ hier ist einfach ein typ ey ein mann ein wort ein mann ein mann eine buche ein mann und drei buchen weil sollte man nicht im haus kochen da hast du natürlich absolut recht wie dumm von an gegrillter nixenschwanz und gekochtes fleisch ich habe aufgepasst boah die schatten noch geil geile schattenspiele oh hoch